Ja, wir können dich nur bedanken. Als allerletztes will ich noch kurz ein Gerücht bestätigen. Ja, es ist wahr. Die Gerüchte stimmen. Bill und ich übernehmen Wetten, dass. Vielen Dank. Viel Glück heute, Bill und Tom. Und Team Toy. Oh, you got shows already. What did you do then? Yay! Wooo! Tom und ich sind alle glänzend und bereit zu gehen für die Halbfinale von The Voice of Germany. Wir brauchen all deine Unterstützung für Team Toy. You guys, pick up the phone und vote für unsere Team. They deserve it to get to the finale. And we're just so excited. We need everyone to call and support as much as you can. So, we will as well. We take off from Buda. Wish us luck! Oh man, Bih, Alter. Warte, warte, der... Sehr gut. Tobi, Tobi. Total bequem. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Okay, es geht gleich los. Für Team Toll anrufen! Anrufen! Kurzes Story in der Werbung. Werbung! Warte! Hallo! Wenn ihr jetzt noch nicht eingeschaltet habt, dann müsst ihr das spätestens jetzt machen. Shirin, wie langt es bisher für dich? Unfassbar!